Ich bin von der Ausbildung her Agraringenieur, seit vier Jahrzehnten im Pipelinebau und neuerdings auch im Stromleitungsbau unterwegs. Ich habe beim Pipelinebau die Leitungsrechte verantwortet bei dem Unternehmen, wo ich war in Süddeutschland und auch die ganzen landwirtschaftlichen Themen Entschädigung, Botenschutz und insbesondere auch Wiederherstellung und Nachsorge. Was wir seit einigen Jahren oder seit 2014 eigentlich genau gesagt in Deutschland jetzt haben, dass solche Leitungen wie dieser Südlink eine Gleichstrom-Höchstspannungsleitung erdverkabelt werden muss. Und dieses Südlink-Projekt ist gerade schon angesprochen worden, rund knapp 700 Kilometer Länge wird vollständig erdverkabelt. Egal was da als Hindernis auftaucht, es muss erdverkabelt werden. Die klassischen Hindernisse Autobahnen, Gewässer, Bahnlinien, klar, dass die immer grabenlos unterquert werden, aber wir haben auch andere Probleme, insbesondere naturschutzrelevante Bereiche und Waldbereiche, die auch erdverkabelt werden müssen. Und möglichst ohne offenen Graben. Also wir haben sehr komplizierte Bauwerke, die im geschlossenen Verfahren durchörtert werden. HDD, also Horizontal Drilling, als eigentlich Hauptverfahren, aber auch Mikrotunnel und moderne Verfahren wie E-Power-Pipe und Ähnliches. Wir werden alles nutzen müssen, um überhaupt so eine Strecke in einer vernünftigen Zeit bauen zu können. Der derzeitige Stand bei Südlink sieht so aus, dass wir ungefähr zehn Jahre jetzt Planen und Genehmigungsverfahren betreiben. Die Anlage soll 2028 in Betrieb gehen und die Bauzeit wird sich ungefähr zwischen drei und vier Jahren nur bewegen können. Weil auch in unserem Bereich können wir natürlich erst bauen, nachdem wir einen Planfeststellungsbeschluss haben. Mal zum Projekt selber, was Richtung Boden, Bodenschutz geht. Wir haben hier zwei Regelprofile. Wenn wir nur einen Graben haben, also ein System, dann haben wir zwei Kabel plus minus Gleichstrom und eine Arbeitsstreifenbreite von ungefähr 35 Metern. Über weite Strecken von diesen 700 Kilometern haben wir aber zwei Systeme, zwei Vorhaben und kommen dann auf Arbeitsstreifenbreiten im normalen freien Feld auf 45 Meter und der Leitungsschutzstreifen ungefähr 20 Meter. Die Eingriff in die Landschaft oder landwirtschaftlichen Grundstücke überwiegend wird so sein, dass wir eine Grabentiefe von 1,80 bis 2 Meter haben. Die Kabel liegen ungefähr zwei Meter auseinander. Das hat was mit Wärme zu tun. Da werden wir gleich noch näher drauf eingehen. Und wir haben Grabenabstände von ungefähr 10 Meter, auch wieder aus Gründen der Wärmeeinwirkung. Was bei dem Projekt inzwischen Standard sein wird, dreifache Bodentrennung, hier jetzt auch nur mal angedeutet, und ein ganz wichtiges Element, die Baustraßen. Das sind so die Vorgaben, mit denen wir in die Planung gehen. Dort, wo wir, wie gerade schon berichtet, besondere Verfahren haben, wo wir grabenlos dann irgendwas unterqueren müssen, gibt es natürlich größere Baustelleneinrichtungen auch. Hier mal eine Übersicht, wie wir sowas planen müssen, also einzelne Abläufe. Bundesnetzagentur heißt bei uns, dass diese Firmen, die diese Leitungen bauen, die sogenannten Transportnetzbetreiber, gibt es vier Firmen in Deutschland, die solche Leitungen bauen. Die können nun nicht selber entscheiden, was, wann sie wo machen und zu welchem Preis dann der Strom durchgeleitet wird, sondern das in Deutschland ja reguliert über die Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur ist auch die zentrale Genehmigungsbehörde, also nicht die einzelnen Bundesländer, sondern die Bundesnetzagentur. Diese Südlink-Leitung wird gebaut von Tenet und Transnet, das sind zwei dieser Transportnetzbetreiber. Es gibt noch Ambryon und 50 Hertz. Sie kennen sowas wahrscheinlich auch bei Ihnen, Antrag auf Planfeststellung, dann Antragskonferenzen, Öffentlichkeitsbeteiligungen. Wir stehen jetzt im Projekt ungefähr an dieser Stelle hier. Das heißt, in der Endphase der Genehmigungsverfahren, in den Anhörungsverfahren, der nächste Schritt wird dann der Planfeststellungsbeschluss sein, den wir für Teilabschnitte jetzt schon erhalten haben und dann die eigentliche intensive Bauphase von dreieinhalb bis vier Jahre. Hier mal noch ein kleines Schaubild, was inzwischen im Botenschutz passiert in Deutschland oder bei solchen Projekten, muss man genauer sagen, neben den üblichen Gesetzen, Bundesbotenschutzgesetz und so weiter, haben wir seit einigen Jahren jetzt auch eine DIN-Vorschrift zum Schutz des Bodens in 1936, die auch aufgrund von gesetzlichen Änderungen, die letztes Jahr Gültigkeit erlangt haben, für uns verpflichtend sind. Es war immer die Frage, ist so eine DIN-Vorschrift nun verpflichtend, muss man die anwenden oder hat man da das Spielraum. Seit Neuestem ist sie jetzt verbindlich und in der DIN-Vorschrift sind natürlich dann schon auch konkrete Vorgaben, wie Boden zu behandeln ist. Was ich jetzt vorhin gezeigt habe, diese dreifache Bodentrennung und ähnliches, geht daraus hervor und ist wie gesagt für uns inzwischen Pflicht. Das Thema, wo uns die Schweiz lang voraus war, bodenkundliche Baubekleidung, inzwischen auch Pflicht bei uns. Wir müssen bei solchen Projekten bodenkundliche, unabhängige bodenkundliche Baubekleidung beauftragen und einsetzen. Was wir bis jetzt aus Sicht Vorhabensträger vermeiden konnten, ist, dass die Entscheidungskompetenz haben auf der Baustelle, sondern im Großen und Ganzen sind die beratend tätig, aber der Vorhabensträger muss sich natürlich schon überlegen, wenn er irgendwelche Vorschläge, Empfehlungen ablehnt, die vielleicht auch vorher im Genehmigungsverfahren in den Bodenschutzkonzepten erwähnt sind, weil die sind ja dann auch verbindlich nach Planfeststellungsbeschluss. Also es ist nicht so einfach, dann über die Empfehlungen dieser BBB hinwegzugehen. Ich glaube, auf die einzelnen Punkte brauche ich jetzt nicht eingehen, das ist ähnlich wie bei Ihnen auch. Ein Punkt, das ist hier unten, bei Bodenmanagement, Entsorgung von Verdrängungsmaterial, ist natürlich bei SOMA Projekt nicht zu unterschätzen. Wir haben ungefähr einen Betonkörper bei den Kabeln von 70 Zentimeter auf eine Breite von 2,50 Meter bis 3 Meter und wenn das Erdmaterial nicht geeignet ist zur Verfüllung, weil die Wärmedurchgangswerte nicht erreicht werden, dann ist letztendlich ein kompletter Austausch erforderlich gegen spezielles Betonsmaterial. Bodenmanagement ist auch seit letztes Jahr in dieser Mandelverordnung, die es da gab, gesetzlich verschärft worden. Wir müssen also ein konkretes Wiederverwertungskonzept auch in den Genehmigungsunterlagen vorstellen und Deponierung von Verdrängungsmaterial steht dann ganz am Schluss, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Was hier drin steht bei Rekultivierung, nachsorgend und vorsorgender Bodenschutz, also wir haben diese dreifache Gliederung hier rechts außen, vorsorgend, baubegleitend, nachsorgender Bodenschutz und bei vorsorgender Bodenschutz und nachsorgender Bodenschutz gibt es zwei neue Sachen, die wir bis jetzt beim Leitungsbau nicht hatten. Das ist einmal die Vorbegrünung, heißt aktive Begrünung der Baustraße oder des Baufeldes, genauer gesagt, also die gesamte Eingriffsbreite von diesen 45 und mehr Metern soll möglichst eine Vegetationsperiode vor in Anspruchnahme begrünt werden. Wir haben vorgegeben Gräsermischung, 80% Grasanteil und dann noch ein bisschen Klee oder sowas rein. Die muss gepflegt werden, die soll auch regelmäßig gemäht oder gemulcht werden, damit sie sich stark verwurzelt und wenn wir dann kommen mit unseren Baumaschinen dort einen abgesetzten Boden vorfinden, eine gewisse Ebenefläche, vor allem dort wichtig, wo wir auch mit Steinen rechnen, wo die Bodenmieten nachher Steine enthalten und Ziel ist, möglichst wenig Oberboden abzutragen. Also herkömmlich hat man dann diese 45 Meter abgeräumt, zum Schluss wieder aufgetragen, das will man so nicht mehr im modernen Bodenschutz bei uns, sondern Oberboden soll im Wesentlichen nur dort abgetragen werden, wo tatsächlich dann auch tiefer eingegriffen wird, sprich im Grabenbereich. Es ist allerdings eine freiwillige Maßnahme, sie ist nicht verpflichtend festgeschrieben im Gesetz und von daher sind wir da immer auch auf die Zusammenarbeit natürlich mit den Landwirten angewiesen. Es gibt noch so kleine Nebeneffekte, dass wir auch dann mit Erosion und ähnlichem weniger zu tun haben. Das Baufeld ist frühzeitig erkennbar und ein nicht ganz auch zu unterschätzender Vorteil, wir müssen nicht, wenn die Baustelle dann ans Rollen gekommen ist, auch mal acht, vierzehn Tage oder noch knapper vor der Ernte die Bestände niedermulchen, sondern dort ist dann Gras und wir setzen uns nicht dem Vorwurf aus, dass wir Lebensmittel vernichten, wenn man dann so schnell in der Presse steht. Dann nachsorgende Maßnahme, die Zwischenbewirtschaftung, heißt, dass nach Abschluss der Tiefbauarbeiten, also wenn die Oberfläche wieder hergestellt ist, der Boden eine Regenerationsphase erhalten soll, die in dieser DIN-Vorschrift zwischen ein und mehreren Jahren vorgesehen ist und hier soll dann, hier ist mal die DIN-Vorschrift auch benannt, hier soll, und das ist eine ganz wichtige Aufgabe aus unserer Sicht, dafür haben wir ihn ja auch dann angestellt und bezahle ihn, den BBB, dass er hier Empfehlungen abgibt anhand seiner Fachkenntnis und den Vorkommnissen, die während der Baudurchführung passiert sind, also hat der Boden stark beeinträchtigt, weniger stark beeinträchtigt, welche Maschinen waren da im Einsatz und insbesondere unter welchen Witterungsverhältnissen wurde gebaut. Auch eine freiwillige Maßnahme, wir sind zur Zeit dabei, das mit den Landwirten zu besprechen und auch vertraglich zu vereinbaren und klar, wenn das hier heißt, ein bis drei Jahre, diese Zwischenbewirtschaftung, das heißt, er hat nochmal diesen Streifen, dieses Baufeld oder ehemalige Baufeld in seinen Flächen zu berücksichtigen, aber wir versprechen uns da doch eine relativ große Wirkung, was die Regenerationszeit und Regenerationsfähigkeit des Bodens betrifft. Wir haben ja heute Morgen schon gehört, was da alles passieren kann, selbst nur bei landwirtschaftlichem Betrieb, auf so einer Baustelle natürlich noch extremer und noch schwerwiegendere Eingriffe. Hier dann auch entsprechende Mischungen, Luzerne, Klee und ähnliches, die die Struktur des Bodens, das Mikro, die Mikroorganismen, letztendlich das Mikrobiom beeinflussen sollen im positiven Sinn, um die Ertragsfähigkeit der Böden möglichst schnell wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu bringen. Hier mal, da können wir glaube ich darüber weggehen, das ist mal eine Übersicht, wenn so ein Planfeststellungsbeschluss dann vorliegt hier, was dann alles für Arbeitsgänge in kurzer Zeit auf einem Baulos und die Gesamtstrecke ist in viele Baulose unterteilt, natürlich ablaufen muss, damit in diesem Zeitraum hier oben bis zur Inbetriebnahme so eine Riesenstrecke überhaupt zu bewältigen ist. Also auch Logistik, logistisch eine sehr spannende Aufgabe und wir sind alle mal gespannt, wie das dann auch tatsächlich funktioniert. Jetzt aber speziell, was ich Ihnen heute vorstellen will, hat nur indirekt mit Bodenschutz zu tun, sondern hier geht es ganz besonders um Befürchtungen, die die Landwirte diesem Projekt entgegenbringen oder gebracht haben, nämlich, dass wenn Sie so ein Gleichstromkabel betreiben, auch Wärme abgegeben wird, Verlustwärme und um diese Zweifel zu zerstreuen oder auch für uns Erkenntnisse zu gewinnen, haben wir ein Projekt generiert mit der Universität Hohenheim zusammen, landwirtschaftliche Universität, die genau diesen Einfluss von diesen Stromkabeln auf landwirtschaftliche Kulturen und den Boden erforschen soll. Das ist hier kurz der Überblick von diesem Projekt, wir haben ab 2018 angefangen uns zu überlegen, wie man sowas überhaupt machen kann, wie man das abbilden kann. Dann die Umsetzung 2021 und seit 2022 sind diese Versuchsfelder in Betrieb. Das sind die übergeordneten Projektziele, die aufgrund der Tätigkeit von der Universität sich jetzt nicht nur auf das Südling-Projekt selber beziehen, sondern die Universität macht hier auch Grundlagenforschung, Zukunftsabschätzungen hinsichtlich Klimaänderung, Erwärmung der Böden insgesamt. Erhebung statistisch abgesicherter Messwerte, ganz wichtig, also nicht ein Schauversuch, sondern ein wissenschaftlicher Exaktversuch. und für uns ganz wichtig zu sehen, hier der Bereich, welche Effekte wirken sich aus auf dem Boden und die Kulturpflanzen, die baubedingt sind oder die andernseits durch die Wärmeabgabe dieser Kabel erfolgt. Wir haben hierzu vier Standorte letztendlich ausgesucht mit stark unterschiedlichen Bohnentypen. Die sind im Süden von dem Projekt angelegt bis Höhe Würzburg, einfach wegen der Nähe nach Stuttgart zur Universität, weil sonst sind die nur noch auf der Straße unterwegs. Ganz kurz, wir haben einen Standort, typischer Boden, den man eigentlich für Versuche und gern hat, Parabraunerde, Löslehmboden, auch bei drei Metern Tiefe kommt noch kein Stein. Dann der nächste, schon etwas kritischer Standort, Lösauflage auf Muschelkalk, dann an der Grenze Baden-Württemberg-Bayern, einen typischen Tonboden und nördlich von Würzburg, was ganz Nettes, eine Terra Fusca, im Oberboden schon faustgroße Steine und nach unten hin nichts Besseres. Der Versuchsaufbau, brauche ich jetzt glaube ich nicht groß zu erklären, wichtig ist, dass es ein, wie ich schon gesagt habe, ein wissenschaftlicher Exaktversuch ist und wir haben verschiedene Versuchsglieder dann hier unten, also Graben, kein Graben, das ist jetzt ein bisschen wissenschaftlich ausgedrückt. Dann wichtig, dieses Erdkabel, wir haben dieses Erdkabel im Versuchsstadium noch nicht zur Verfügung, deswegen mussten wir uns was anderes einfallen lassen, was wir aber wissen, dass diese Kabel im Dauerbetrieb bei Höchstleistung 32 Watt pro laufenden Meter Wärme abgeben an dem Boden. In dieser Versuchsanordnung haben wir uns dann überlegt, wie bilden wir das nach, weil eine normale Lastverteilungskurve, wo man davon ausgeht für diese Leitungen, bringt ungefähr 70, 75 Prozent im Durchschnitt. Das heißt, es kann auch mal mehrere Wochen im Volllastbetrieb laufen und dann wieder ganz wenig oder vielleicht aus Instandhaltungsgründen gar keine Wärme, weil die Anlage abgeschaltet ist. Und nun, um nach außen hin glaubwürdig zu sein, haben wir gesagt, wir gehen ans Extrem und bringen an 365 Tagen, 24 Stunden, diese bei Höchstlast entstehende Wärmemenge in den Boden ein, damit auch wenn sich Effekte zeigen, die sich abbilden. Nach dem Motor zurück können wir immer noch nach oben was rechnen, ist immer ein bisschen schwierig in der Außenwirkung. Neben der Wärme haben wir noch Bettungsmaterial untersucht und hinsichtlich Botenschutz auch wichtig, diese Geschichte hier, Rückverfüllung, Graben. Wir sprechen da nicht von Rückverdichtung, sondern von Rückverfestigung. Wir wollen den Boden nicht verdichten, wir wollen ihn rückverfestigen. Wir haben konventionelle Methode, ein Vibrationsgerät, hier übliche Graben, Walzen, Ramax oder ähnliches eingesetzt und alternativ den Boden oberhalb dieser Bettungszone lagenweise eingefüllt und nur mit einem Baggerlöffel angedrückt. Wir erreichen konventionell eine Lagerungsdichte, je nachdem wie hart wir da rangehen, von fast 100 Prozent, bei alternativ kommen wir in der Regel nicht über 90 Prozent. Hat dann natürlich was mit dem Setzungsverhalten in Folgezeit zu tun. Hier kurz ein Aufbauschema. Wir haben drei Gräben uns ausgedacht. Zwei werden jeweils beheizt, einer nicht in dem Beispiel hier, um diesen bautechnischen Einfluss auf Graben zu machen, von eventuellen Einwirkungen, die die Wärme bringt, zu differenzieren. Hier ein Schema ungefähr über die Verteilung der Messeinrichtungen, die wir dann haben. Hier der Graben. Dann Messsonden im Abstand bis zu vier Meter und in unterschiedlichen Höhen eingebaut. Im Wesentlichen, da kommt nachher noch ein Schema, messen wir Temperatur, feuchte Fluss und Temperatur Fluss. Hier diese Rückverfestigungsvariante, dieses Gerät, das wir da eingesetzt hatten in dem Graben. Wir haben eingestrebte Lagerungsdichte, wie gesagt, 15,90 bis 100 Prozent und bei alternativ sind wir nicht über 90 Prozent hinausgekommen. Hier mal eine Draufsicht, wie der Versuch dann ausgesehen hat. Diese Gräben sind rund 80 Meter lang. Das Versuchsfeld selber befindet sich in einem großen landwirtschaftlichen Schlag und wird dann auch, nachdem die Anlage installiert war, ganz normal in der Fruchtfolge und in den Dünge-Pflegemaßnahmen vom Landwirt mitbewirtschaftet. Also keine Sonderbehandlungen, sondern wir wollten möglichst realitätsnah die Praxis nachbilden. Was wir hier auch sehen, diese Variante Betonsmaterial, hier Betonsmaterial künstlich, also Sand, spezieller Sand und dazwischen anstehender Boden, wissenschaftlicher Exaktversuch, also randomisiert, verteilt, ziemlich aufwendig, was die Herstellung des Versuchsfeldes, also die Baudurchführung betrifft. Hier nochmal die Betonsmaterial, anstehender Boden. Das sind die vier Versuchsfelder, die sind nicht gleichzeitig so entstanden, sondern im Nacheinander war für uns ganz wichtig, für alle Versuchsfelder die gleiche Baufirma zu haben und auch das gleiche Personal, um hier einheitliche Verhältnisse zu schaffen. Hier mal der Standort Kochendorf mit diesem schönen Lössboden. Das Versuchsfeld befindet sich hier in diesem Bereich. Das erste, nicht sogar im Anlagejahr, genau, das war das erste Feld, das wir aufgebaut haben, war dann im Frühsommer schon fertig und der Landwirt hat noch Mais angebaut. Hier nochmal ein Beispiel von dieser Anordnung, dieser drei Gräben und dann die Verteilung der Varianten, hier oben beschrieben. Kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen, sonst brauchen wir noch eine Stunde. So sieht es dann während der Bauzeit aus. Hier mal ein Grabenprofil mit diesem schönen Braunerdeboden, Lösslehm. Natürlich der Traum eines jeden Landwirts. Dort wird auch intensiv Gemüse angebaut in dem Bereich. Boxberg sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Wir haben leider hier bei dem Versuchsfeld einen Boden erwischt, der stark wechselt. Wir haben jetzt eben hier, dass wir fast keinen Stein haben. Hier zunehmend Stein, also ein bisschen uneinheitliche Geschichte. Das ist nochmal Blick in so einen Graben rein und wir sehen, wie hier die Söleslehmauflage stark wechselt. Hier vorne wird sie stärker und hier haben wir dann schon das, was da drunter uns erwartet, über viele, viele Kilometer entlang dieser Leitung, Muschelkalkverwitterungsbereiche. Dann unser Tonboden, immer wieder das gleiche, die Anordnung, Aufbau, randomisiert. Und hier ein Blick in den Graben bei diesen Tonböden, kann man schon an der Farbe erkennen, dass das dann so nicht so schön ist wie in dem Lösslehmboden. Vor allem, wenn dann die Tonschichten auch noch so stark verworfen sind wie hier unterschiedliche Ausprägungen des Tonmaterials selber. Hier hat man so eine richtig ekelhafte blaue Schichte zwischendrin. Nach unten dann wieder eine andere Zusammensetzung. Und sowas dann zu trennen und wieder einzubauen, das ist dann schon eigentlich die hohe Kunst eines Tiefbauers, die er am liebsten gar nicht ausübt. Ich merke, Sie kennen sowas. Das ist unser Standort Günthersleben. Nochmal diese Terra Fusca. Da kann man dann hier erkennen, schon wieder Rückbau des Betonsmaterials, die wir da eingebaut haben. Und sehr schön zu erkennen, was hier passiert ist. Also das Material war so unschön, dass wir es nicht direkt wieder einbauen konnten, sondern hier über mobile Brecheranlagen erstmal rückbaufähiges Material schaffen mussten. Das ist auch ein Querschnitt Grabenwand. Auch hier haben wir drei Bodenschichten definiert. Den Oberboden relativ gut zu erkennen hier, weil der geht schlagartig Zentimeter genau in eine andere Färbung über und in einen anderen Steingehalt. Dann hatten wir hier Unterboden definiert, in dem Bereich ungefähr, wo hier auch die grünen Punkte sind. Auch diese Schicht haben wir separat gesichert und dann den eigentlichen Aushubboden, den man hier farblich auch schon, auch hier noch erkennen kann, die Abgrenzung. Also sehr aufwendig. Und da brauchen Sie schon einen Baggerfahrer, der nicht farbenblind ist. Das ist nochmal ein Bild aus dieser Terra Fusca. Hier die Unterbodenschicht. Man sieht, dass auch erheblich schon Steine drin sind, also Steinanteil 60, 70 Prozent. Aber für landwirtschaftliche Nutzung natürlich insbesondere bei solchen Böden eine extrem wichtige Schicht zwischen Oberboden und dem eigentlichen Aushub. Hier mal ein Bild in den rückverfüllten Graben. Da sieht man hier, wie man lagenweise gearbeitet hat. Hier das gebrochene Material. Hier den Unterboden, der nicht gebrochen wurde, sondern da sind wir dann nur zum Schluss mit einem Steinschläger drüber gefahren, dass die Abgrenzung zum Oberboden keine allzu großen Steine drin waren. Hier unten unsere Anordnung des Versuchs. Wie gesagt, wir hatten ja diese Kabel noch nicht, haben deswegen... Wir haben uns eine Methode ausgedacht, das Ganze über Stahlrohre abzubilden. Man könnte hier erkennen, die haben genau die gleiche Dimension wie das Kabel, das wir später einbauen. Wir haben ein Schutzrohr, das auch später jetzt bei der Realisierung echt verwendet wird. Das heißt, erst wird ein Schutzrohrsystem eingebaut und dann die Kabel in die Schutzrohre eingezogen. Kurzer Ausflug zur Technik von den Kabeln. 525 kV Spannungsebene. Kabellänge auf der Trommel jetzt bis zu 2000 Meter. Ein Meter Kabel wiegt rund 45 Kilo. Das heißt, die Kabeltrommel kommt irgendwo, je nachdem, was wir draufwickeln lassen, auf bis zu 90 Tonnen. Das Ganze muss transportiert werden, bis immer an die Muffenplätze hin, wo die Kabel dann verbunden werden. Und wir reden dann von Gesamttransportgewichten von 120, 150 und mehr Tonnen aufwärts. Dann, was untersuchen wir in diesen Versuchsfeldern? Bodenthermische und bodenhydraulische Eigenschaften, Bodentemperatur, Bodenwasserhaushalt, ganz wichtig natürlich hinsichtlich Landwirtschaft. Und Kabelbeton, haben wir schon erwähnt, Simulation des gekoppelten Transports von Wasser, Wasserdampf und Wärme in einem HGU-Erdkabelgraben. Und Kalibrierung, Validierung von Berechnungsmodellen. Das heißt, es gibt natürlich Modelle und Untersuchungsmöglichkeiten, das zu rechnen, was da passiert über den Wärmeeintrag. Aber ganz wichtig, man will über diesen Versuch auch diese Modelle verifizieren, um zu sehen, hat man nun die richtigen Annahmen getroffen, wurde richtig gerechnet, bestätigen das die Ergebnisse oder nicht. Also für uns auch ein ganz wichtiger Aspekt, was die Universität hier macht, um zu sehen, sind unsere Annahmen richtig, was den Wärmeabtransport vom Kabel betrifft oder nicht. Weil das größte Problem, das auftreten kann, ist natürlich, dass die Kabel zu warm werden, dann gehen sie entweder kaputt oder ich muss in meiner Leistung runterfahren, damit das Kabel halt gerade nicht kaputt geht. Kabel wird auch überwacht, technisch auch eine ganz interessante Sache, über Glasfaser, über Glasfasern, die in die Isolierung von dem Kabel eingebaut sind. Also eine laufende Überwachung während dem Betrieb. Dann natürlich übliche Laborauswertungen, wenn wir uns über Böden unterhalten. Für uns auch wichtig, hier Steingehalt über weite Strecken, vor allem in Süddeutschland bis hoch in die Gegend von Göttingen, Hannover. Ab dort haben wir dann andere Verhältnisse, da kommt dann eher das Wasser ins Spiel Richtung Norddeutschland. Die Gesamtstrecke geht von nördlich der Elbe bis ungefähr Heilbronn, diese 700 Kilometer. Das hatte ich vorhin kurz angesprochen, die messtechnische Ausstattung, Bodentemperatur, Bodenwassergehalt, Bodenwasserspannung, Bodenwärmefluss, dann über dem Boden, Netto-Strahlung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Lufttemperatur, Luftfeuchte, alles was man für eine wissenschaftliche Untersuchung braucht. Pro Versuchsfeld, da sind hier die Anzahlen aufgeführt, wir haben rund 360 Messsonden dauerhaft eingebaut und rund 200 Messsonden, die immer oberflächennah nur eingebracht sind, das heißt, vor der Bestellung dürfen die nicht da sein, sonst macht sie der Landwirt kaputt, nach der Bestellung einbauen, vor der Ernte ausbauen. Ein nicht zu unterschätzender Aufwand. Jetzt unsere ersten Zwischenergebnisse, die allerdings noch nicht abgesichert sind, sondern das sind sozusagen Momentaufnahmen, und zwar, das ist hier dieser Großrinderfeldstandort, der Tonige Boden, 130 Zentimeter Tiefe, also sprich Oberfläche, Acker und Oberkante Heizrohr oder Kabel später, haben wir direkt an dieser Wärmequelle hier den normalen Temperaturverlauf des Bodens, also ohne Einwirkung, sprich die Kontrollmessung, und dann hier die Temperaturänderungen durch diese Heizleistung. Richtig interessant wird es eigentlich ab hier, hier, das waren die Anlaufphasen, hier wurde nochmal abgeschaltet, man kann also auch sehen, dass das relativ schnell wieder abkühlt, die Aufheizdauer dauert etwas länger, und direkt an diesem Kabel, wie gesagt, das bei Höchstleistung eine Innentemperatur von 70 Grad erreicht, das ist ein Kupferkern, bei dem Kabel, das hier verwendet wird, von 3000 Quadratmillimeter, Kupferkern, darf maximal 70 Grad haben, an der Außenhaut von dem Kabel, die Temperatur natürlich schon deutlich niedriger, aber auch immer noch ungefähr zwischen 30 und 40 Grad. Bitte nicht verwechseln, Temperatur und Wärmemenge. Die Temperatur klingt sehr schnell ab, die Wärmemenge ist entscheidend, was die Pflanze betrifft. Dort direkt an diesem Rohr, wenn die Pflanzen dann mit ihren Haarwurzeln vielleicht auf die 1,30 runterkommen, dann werden sie dort einfach ausweichen oder nicht weiter wachsen. Entscheidend ist, was im Umfeld dann an Wärmemenge eingetragen wird. Hier in 50 Zentimeter Tiefe über dem Heizrohr, auch da haben wir dann, sehen wir hier an dem Schaubild, immer Vergleich zur grünen Kurve, natürlich noch Temperaturerhöhungen, aber schon deutlich weniger, wie man es sehen kann. und hier mal die laterale Ausdehnung, Abstand zu diesem Heizrohr, 1 Meter Abstand, hier drüben 4 Meter, auch wieder in 50 Zentimeter Tiefe, horizontal gesehen, und wir sehen, bei 1 Meter Abstand, die Kurven werden jetzt, die Abstände werden immer geringer, zu den vorherigen Schaubildern, wo wir direkt am Heizrohr waren, und hier bei 1 Meter 30, bei 50 Zentimeter Tiefe, Entschuldigung, und 4 Meter Abstand zu dem Heizrohr, haben wir keine nachweisbaren Temperaturunterschiede mehr. Selbst bei dieser hohen Leistung, die wir da einbringen, mit 32 Watt pro laufenden Meter, an das gesamte Jahr über. Und diese Zwischenergebnisse, die haben uns doch in einem gewissen Maße beruhigt, dass, wenn überhaupt Auswirkungen zu befürchten sind, das in einem sehr engen Rahmen entlang der Kabel stattfinden wird, und nicht jetzt auf 20, 30 oder 40 Meter Breite. Das sind die pflanzenbaulichen Untersuchungen. An diesem Projekt werden an der Universität zwei Doktorarbeiten entstehen, die eine über Boden, die andere über die ganzen Geschichten über der Erde, also pflanzenphysiologisch. Hier die Untersuchungsmethoden, die das Team von der Universität unter anderem auch macht, natürlich Bodenbeprobung zweimal im Jahr, Bestimmung, Ertragswerte, Inhaltsstoffe, alles noch weitgehend in der Auswertung. Hier Ernteschnitte, es werden während der Vegetationsphase drei Schnitte gemacht und dann noch einen Ernteschnitt. Letztes Jahr hatten wir jetzt dann im Parzellenmähdrescher Gesamternteergebnisse gemacht. Bis jetzt alles noch wenig, wenig tragisch. Wir hatten auch im Trockenjahr 2022 keine signifikanten Ertragsunterschiede, das bewegt sich alles irgendwo in einem einstelligen Prozentbereich. Und von daher für uns das Zeichen, dass wie gesagt diese schlimmen Befürchtungen, dass dort größere Druckenstreifen entstehen, das kann man glaube ich jetzt schon entkräften. Noch ein bisschen zur Bautechnik, Bodenschutz, was wir eingesetzt haben, um den Boden in einen Zustand zu bringen, was die Steine betrifft, sogenannte Separatorenbaggerlöffel, die einerseits natürlich eine Siebwirkung haben, aber auch insbesondere der Kamerad hier, noch eine Brechwirkung. Der hat also schon auch noch bis zu kopfgroßen Steine uns zerrissen, kann man sagen, in Größenordnung von so 65 Millimeter. Aber das Wichtige, was wir dabei feststellen konnten, im Vergleich zu den Steinbrechanlagen, also die mobile Anlage, die wir in dem extremen Standort eingesetzt haben, dass der Bodenanteil, der ja da ist, den man unbedingt erhalten will, dass der in seiner Struktur hier deutlich besser geschont wird, wie wenn man das durch so eine Brecheranlage rauschen lässt. Hier noch kurz zur Rückverfüllung oder Grabenaushub, Bagger, dann diese Sieblöffel beim Rückbau und hier die Brecheranlage. Also wir haben alles ausprobiert, was man im Tiefbau machen kann oder vielleicht auch machen muss dann, um Boden vernünftig einzubauen. Das hier ist nicht ganz entsprechender DIN-Vorschrift, aber wenn mal 70, 80 Prozent Steinanteil vorhanden sind, ist das auch nicht mehr schlimm, wenn der dann da drauf steht, um das in die Brecheranlage einzufüllen. Betungsmaterial noch mal ganz kurz, ein Detailbild hat man schon angesprochen, hier Sand und da anstehendes Erdmaterial. Hier noch mal ein Draufblick auf die Anlage, kann man noch mal sehen, das eigentliche Rohr, das Leerrohr und dann die ganze elektrische Installation. Das hier wird natürlich bei dem Südling später nicht entstehen, das brauchen wir nur, um unsere ganze Messkabel zusammenzufassen und Richtung eines Containers zu bringen. Noch zum Betrieb der Kabel, dieser Stahlrohre, wir haben mit einem Spezialisten, der im Leitungsbau tätig ist, bei Wärmeleitungen, also Nahwärmenetze und sowas, ein Gerät entwickelt, dass wir diese Leitungen über die definierte Stahlqualität und Stärke elektrisch geregelt beheizen können, dass wir auch tatsächlich diese 32 Watt pro laufenden Meter Wärme abgeben. Also eine ganz wichtige Geschichte in diesem Versuchsfeld. Da haben wir auch länger dran rumgebastelt, bis wir da die technische Lösung hatten. Hier noch mal Botenschutz, Oberboden und dann der Unterboden hier aus Platzmangel an die Miete angelagert, aber auch erst nachdem die Miete dann sauber profiliert war, so dass man das auch wieder vernünftig trennen kann. Das ist die Kollegen, die die Messsonden vergraben haben. Am liebsten haben die in dem Lüssel im Boden gearbeitet, hier, da haben sie dann schon ab und zu auch mal Blasen an die Finger gekriegt. Und hier sieht man, was da für ein Aufwand betrieben wird, oder betrieben worden ist, um diese ganze Messsonden, die 300 Stück, die ich vorhin erzählt habe, auch einzubauen und dann zentral letztendlich an eine Stelle zu bringen, einen Container, den wir da aufgestellt haben, um die Daten dann per Fernübertragung zur Verfügung zu stellen. Wetter und Boden, immer ein Thema. Baustraße auch gemäß dieser neuen DIN-Vorschrift, hier mit Stahlplatten. Und man sieht auch die Problematik, wenn es mal regnet, schon bei der kleinsten Senke bleibt auch dann das Wasser stehen. Fazit, ich habe es jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen auch einfließen lassen. Wir haben keine gravierenden Einwirkungen bis jetzt festgestellt über Wärme. Was eher ein Thema ist, ist hier die qualitative Ausführung der Tiefbauarbeiten. Die haben nach unserer Überzeugung längerfristig Einfluss auf so eine Baustelle, auf so eine Trasse, wenn sie halt qualitativ nicht ordentlich gemacht werden. Dann noch ein Hinweis, den wir auch gerne geben. Dieses Projekt wird gefördert vom Umweltministerium Baden-Württemberg hinsichtlich der Tätigkeit der Universität. Das heißt, die Aufwendungen der Universität im Wesentlichen Personalkosten werden nicht von uns getragen, sondern vom Umweltministerium. Und wir können dahin nach außen darstellen, dass die Ergebnisse wirklich unabhängig ermittelt werden und nicht so nach dem Motto, wer bezahlt, bestimmt auch zumindest ein Teil der Ergebnisse. Also diesen Vorwurf setzen wir uns hier nicht aus und müssen uns da beim Umweltministerium Baden-Württemberg auch immer wirklich bedanken, dass sie das angenommen haben. Ging nur, weil die Universität halt nicht projektspezifisch forscht, sondern allgemeine Forschungsziele da aufgesetzt hat. Jetzt noch ein kleiner paar Bilderübergang zum Vortrag von Matthias. Hier sehen wir noch mal so eine Baustelle, wie wir uns das heute vorstellen. Lagenweiser Einbau, Baustraße und saubere Trennung von Bodenmieten. Hier Vorbereitung einer Baustelle, vorbegrünende Fläche, was ich vorhin erzählt habe, und dann Aufbau von Baustraßen, bevor irgendwas groß passiert, also nicht erst Spuren reinfahren und dann die Baustraßen aufbauen, sondern genau umgekehrt. So sieht es aus, wenn die Platten zurückgenommen werden. Hier dann so eine Zwischenbegrünungsfläche, hier auch als Versuch angelegt von Tennet mit verschiedenen Kulturen. Dann noch ganz kurz als Abschluss die Baustraßen, was wir jetzt im Wesentlichen vorsehen. Einmal die Stahlplatten, dann die mineralische Baustraße mit Geotextil drunter, das kommt jetzt dann gleich, das Thema, was da alles zu beachten ist. Dann was neu kommt, was auch durchaus verwendbar ist, Kunststoff, Lastverteilungsplatten, hier mal verschiedene Typen. Das linke Produkt ist schon etwas länger im Markt, hat Überlappungen, wird mit Elementen verbunden und sieht dann ausgelegt so aus. Wer letztes Jahr hier war, der kennt das Bild vielleicht. Kunststoffplatten, die eigentlich im Wesentlichen als Parkfläche verwendet werden können, aber ansonsten halt zu elastisch sind, um Kräfte abzutragen. Dann gibt es am Markt, das sind keine Baggermatratzen, wie wir sie kennen, sondern das sind Kunststoffnachbildungen, die haben sich aus unserer Sicht noch nicht so ganz bewährt, weil sie zu brüchig sind. Wenn der Untergrund nicht eben ist, dann brechen die auch mal ab. Und wir haben natürlich die klassischen Baggermatten hier. dann ein paar Exoten, Holzhackschnitzel kann man auch machen, wenn man genug Abraumholz hat. Und Aluplatten natürlich. Das brauchen wir nicht. Vielen Dank, das war es mal aus meiner Richtung. Applaus